Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme-Session zu Halo Infinite. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, ich glaube, so viel haben wir gar nichts zu tun. Ich glaube, wir sollen halt einfach da hin. Gibt es so Areale, dass ich nicht zurück kann? Lass mal kurz gucken, kann ich... Also ich finde ein bisschen, die Map finde ich nicht so toll. Also entweder gehe ich halt hier so zurück und kann so, oder ich kann mit WASD. Finde ich aber irgendwie... Also WASD geht. Aber manchmal... ...hatte ich auch schon das Problem, dass er es nicht richtig wollte. Naja, gut, wir haben halt das und dann machen wir das. So, ich hoffe, musiktechnisch müsste jetzt auch im Hintergrund besser laufen. Also vom Spiel. Ich habe da wirklich einen Filter rausgenommen, den ich noch drinnen hatte, um... ...damals diese ganzen Probleme zu testen. Hey! Hohohoho... Gut, ich... ...weil Panzer? ...weil Panzer! Sehr gut, zu Neuverwege! mit dem hammer alles was gerade passiert warum hält der hammer noch ach so der hat keine power aber ich kann ihn trotzdem benutzen naja ihr wart gefangen also viel mehr in die hose gehen kann er gar nicht so ich würde aber gerne noch naja ist nicht ganz die waffe meiner wahl aber besser als der homer so ich würde ja gerne den panzer nutzen ich würde gerne mindestens ein von euch mitnehmen das wäre cool danke weil ich wäre cool wenn sie sich auch noch mit jetzt die epic music der master chief ist da ich habe so viel ohne fahrzeug kommen wir aber nicht aber ich hasse die steuerung das ist wirklich mein einziger kritikpunkt in halo die fahrzeugsteuerung ja aber eigentlich auch wieder gut ist es ist halt irgendwie schwer zu sagen hat er gerade gesprochen vorne oder war das jemand anders ja 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 Out. Ja, mach das mal. Oh, da wär auch noch was gewesen. Mein Kameraden haben sie gekillt, oder? Würde mich wundern, wenn sie nicht so wären. Oh, Jäger. Gut, dass ich das Fahrzeug gewechselt habe. Noch ein Jäger. Shit. Ich schätze, das ist es. Das Haus der Abrechnung. Ja. Ich hatte recht. Der Name ist rückwärtslich angemessen unheilvoll. Wie kommen wir da rein? Ja. Wir kämpfen. Wow, gut. Also, wir tun das, was wir eigentlich immer tun. Ich glaube, ich brauche den. Nein. Okay, du hast ihn ja anders gewollt. Ich hole den Platz. Okay, du hast ihn ja anders gewollt. Okay. 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 Ein Floh zu zerquetschen ist gar nicht so einfach. Ok, er hat ihn noch erwischt, uiuiui, Glück gehabt. Äh, munitionstechnisch ist jetzt aber nicht so gut. Ja, ja, macht mal logge. Das Panzer, das war dum. Ich hab ihn getötet, der Ruhm ist mein. Ich wollte den Panzer. Warte, falsche Richtung, ne? Warte, falsche Richtung, ne? So, jetzt hat das funktioniert, was ich wollte. Keine Steuerung. Hey! Mach das mal. Ich hätte gern irgendwie die Möglichkeit Verstärkung zu rufen. Das wär cool, einfach zu sagen, hier, ich brauch jetzt die Marines in meiner Position. Das war knapp. Ja, danke. Nein, ich habe einen Fist. Das war das Das war's. Bis zum nächsten Mal. was ist los kollege warum bist du nicht ausgestiegen das wäre doch viel schlauer gewesen es Wo kommt der denn jetzt her? So, gut aufgeräumt. Na, ein bisschen mehr Muni wäre echt schön. So, gut aufgeräumt. Da hast du gar keine Mitsprache, ey. Warte, öffnen die sich grad freiwillig? Und das... Die Brücke ist inaktiv. Die Steuerung scheint da oben auf der Plattform zu sein. Oh. Ich wollte mich doch einfach nur mal kurz umgucken, während ich da am Seil schwinge. Toll, sechs Schuss und Raketenwerber. Das ist nicht ganz so optimal. Okay, wir werden wohl erwartet. Das wird jetzt aber nicht der Endkampf. Oder? Nee, obwohl... Ja, sehr wahrscheinlich. Definitiv eine Falle. Hören Sie mir eigentlich zu? Gehen wir. Bereit, wenn Sie es sind. Na, aber klar. Wo ist er? Nicht bekannt. Ungewöhnliches Signal voraus. Vielleicht ist er das. Ich dachte, vielleicht habe ich mich in dir getäuscht, dass du zulässt, dass deine Kohorte stirbt wie das große Ganze. Aber ich hatte leider recht. Das Haus der Abrechnung ist treffender Name. Viele deiner Art betragen diese Arena. Wir werden mit mir nicht ganz gut ausgelöst. Keiner, keiner. Komm heraus. Komm, betrachte mein Werk. Begreife den Triumph. Vielen Dank.